Herzlich Willkommen Kryptofreunde, Investor und Newcomer. Ihr habt es immer wieder gefragt, Steuern, 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 Kryptos und Steuern. Na gut, da haben wir gedacht, machen wir jetzt ein Video dazu, zu Grundlagen. Die Informationen, die wir hier euch geben, die habe ich aus dem Interview von Finanzfluss und Prof. Dr. Christoph Juhn. Könnt ihr euch auch ruhig angucken gehen, dann hört ihr das alles nochmal von dem Professor selbst. Aber da ihr es unbedingt von uns hören wollt, na gut, dachten wir uns, machen wir das mal. An dieser Stelle möchte ich hier nochmal sagen, das habe ich unten noch einmal hier geschrieben. Wir sind keine Steuerberater und wenn ihr euch einen professionellen Rat holen wollt, dann zieht unbedingt ein Steuerberater mit ein. Das ist hier nur zu Unterhaltungszwecken und wie ich schon gesagt habe, die Informationen basieren auf die Aussagen von Prof. Dr. Christoph Juhn. Okay, legen wir mal los. Erstmal ein paar Details dazu. Kryptos sind sonstige Wirtschaftsgüter, nicht wie bei Aktien, das sind Kapitalvermögen, mit einer Spekulationsfrist von einem Jahr. Bei der Mitnahme einer Wertsteigerung fallen eventuell Steuern auf die Gewinne an, je nachdem wie lange man sie hält. Bei der Steuererklärung müsst ihr die Anlage SO ausfüllen. Wenn ihr Steuern zahlen müsst, das heißt wenn ihr eure Position innerhalb der Spekulationsfrist verkauft, dann habt ihr die Pflicht, das auch dort anzugeben. Auf die Rahmenbedingungen gehen wir gleich ein. Sind eure Gewinne aber nicht steuerbar, seid ihr nicht verpflichtet sie dort anzugeben. Was noch sehr interessant ist, was bestimmt einige noch nicht wissen, Verluste aus Krypto-Investments kann man mit den zukünftigen Gewinnen gegenrechnen. Und auch mit anderen Wirtschaftsgütern wie Immobiliengeschäfte. Das heißt wenn ihr Gewinne bei Kryptos gemacht habt und Immobilien habt, eine Wohnung verkauft habt und habt sie günstiger verkauft, als ihr sie eingekauft habt, dann könnt ihr diesen Verlust aus dem Immobiliengeschäft mit den Gewinnen des Kryptogeschäfts gegenrechnen und auch andersrum. Finde ich super interessant. Wenn ihr jetzt sagen wir mal Bitcoin gekauft habt und habt Gewinne oder Verluste daraus generiert und was weiß ich, in der Zukunft, egal wann, wenn ihr nach 7 Jahren, hier wie in diesem Beispiel, oder nach 15 Jahren dann Gewinne generiert. Sagen wir mal, ihr hattet einen Verlust von 9.000 Euro und in Zukunft generiert ihr einen Gewinn von 11.000 Euro. Dann könnt ihr sagen, ich zahle nur 2.000 Euro Steuern, weil ich dem Verlust von damals mit dem Gewinn von jetzt gegenrechne. Was ich super interessant finde. Für die, die jetzt gerne Mining betreiben, Mining gilt als gewerbliche Tätigkeit mit Gewinnerzielungsabsicht und dafür braucht ihr auch eine Gewerbeanmeldung. Vorteil ist halt, ihr könnt die Kosten halt gegenrechnen, wie bei einem Gewerbe halt so üblich. Okay, was sind die Freigrenzen, die Rahmenbedingungen? Das wissen jetzt schon die meisten, habe ich immer gesehen in den Comments, aber wenn ihr eure Kryptos jetzt gekauft habt und sie innerhalb eines Jahres verkauft und den Gewinn, den ihr generiert habt, unter 600 Euro liegt, dann ist dieser Gewinn steuerfrei. Verkauft ihr innerhalb eines Jahres und der Gewinn überschreitet die 600 Euro Marke, müsst ihr den gesamten Gewinn versteuern. Das heißt, ihr habt hier 600 Euro und 1 Cent Gewinn generiert, dann müsst ihr die gesamten 600 Euro und 1 Cent versteuern. Nein, Leute, bitte viele, die Anfänger sind, jetzt nicht sagen, okay, okay, ich habe mir das eben schnell angeguckt, dann muss ich nur noch 1 Cent versteuern, weil ich habe ja 600 Euro frei im Jahr. Nein, überschreitet ihr die 600 Euro Marke, müsst ihr auf diesen gesamten Betrag Steuern zahlen. Ihr müsst dann komplett auf die 601 Euro Steuern zahlen. Ich sage es jetzt schon mal, weil ich weiß, da werden bestimmt jetzt einige ankommen und exakt das sagen. Bei Gewinne aus Staking Rewards gilt das Gleiche. Das heißt, ihr habt Staking betrieben und habt dann Rewards bekommen und diese Rewards, die verkauft ihr wieder innerhalb eines Jahres, dann gilt exakt das Gleiche. Und den Gewinn, den ihr da generiert, ist es auf das Gesamtgewinn des Jahres zu berechnen. Das heißt, ihr habt jetzt da aus einem Bitcoin-Verkauf normal irgendwie 400 Euro Gewinn gemacht und eure Staking-Gewinne verkauft ihr jetzt auch und habt da jetzt 300 Euro Gewinn gemacht, dann werden die zusammengezählt. Dann habt ihr innerhalb des Jahres 700 Euro Gewinn gemacht und müsst die dann wieder versteuern. Bei den Staking-Rewards selbst ist das eine andere Geschichte. Das heißt, wenn ihr die Staking-Rewards bekommt, müsst ihr den Euro-Betrag versteuern. Und da gibt es wieder einen jährlichen Steuerfreibetrag von 256 Euro. Das heißt, ihr habt irgendwo Staking, gibt in einem Staking-Pool gestaked und bekommt da 250 Euro im Jahr. Dann müsst ihr auf diese Staking-Rewards keine Steuern zahlen. Habt ihr aber so viel gestaked, dass ihr jetzt schon 256 Euro und einen Cent an Wert an Rewards bekommen habt, dann müsst ihr diese auch versteuern. Das heißt, beim Staking müsst ihr doppelt versteuern. Wenn ihr, sagen wir mal, innerhalb eines Jahres 300 Euro an Staking-Wert bekommen habt, an Token, und beschließt auch noch innerhalb des Jahres zu verkaufen und der Gesamtgewinn, den ihr macht, auch von euren anderen Token-Verkäufen, überschreitet dann die 600 Euro. Dann müsst ihr prinzipiell zweimal Steuern zahlen auf eurer Staking-Aktion. Das ist einmal für das Staking selbst. Wenn ihr diese 256 Euro überschreitet, müsst ihr darauf sowieso Steuern zahlen am Ende des Jahres. Egal wie lange ihr sie jetzt halten möchtet oder nicht, am Ende des Jahres müsst ihr Steuern darauf zahlen. Wenn ihr innerhalb des Jahres diese Staking-Rewards dann verkauft und über 600 Euro dann kommt insgesamt, dann müsst ihr darauf auch nochmal Steuern zahlen. Ja, ein bisschen mies, was da passiert, aber gut, so ist es nochmal. Okay, Staking und Lending. Wenn mit dem Investment Einkünfte generiert werden und die Zeitspanne zwischen An- und Verkauf 10 Jahre beträgt, dann verlängert sich die Spekulationsfrist. Hier habe ich ein Beispiel gegeben, das heißt, sagen wir mal, ihr habt eure Bitcoins gekauft. Ihr haltet diese Bitcoins schon 7 Jahre. Und beschließt euch jetzt im 7. Jahr, jetzt fange ich mal mit Staking an. Dann könnt ihr die Bitcoins, die ihr euch gekauft habt, erst 3 Jahre später, wenn die 10 Jahre durch sind, steuerfrei verkaufen. Das hat jetzt nichts mit dem Staking zu tun. Nur mit dem Bitcoin, mit dem ihr das Staking da angefangen hattet. Darum gibt es da auch eine Lösung. Ihr könnt, wenn ihr mal, was weiß ich, hier habe ich unten jetzt Beispiel mit Feiern angegeben, aber bleiben wir mal bei diesen 7 Jahren. Wenn ihr 7 Jahre eure Bitcoin hält und sagt jetzt, hey, ich möchte gerne staken. Und ich möchte jetzt nicht bis 10 Jahre warten, dass ich das steuerfrei auscashen kann. Dann könnt ihr sagen, gut, ich verkaufe meine Position jetzt, ziehe meine Gewinne steuerfrei ein, hol mir da vielleicht 30% von raus, 70% investiere ich da wieder rein. Mit 70% kauft ihr jetzt wieder eure Bitcoins. Und könnt dann das Staking anfangen. Dann müsst ihr diese Position 10 Jahre halten, bis ihr sie steuerfrei verkaufen könnt. Das wäre eine Lösung. Und hier wurde darauf hingewiesen, dass man einen Antrag auf verbindliche Auskunft beim Finanzamt stellen kann, um ein bisschen mehr Klarheit zu bekommen darüber. Bei Verschenkung. Ihr könnt eurem Ehepartner alle 10 Jahre 500.000 Euro, das ist der Höchstbetrag, verschenken, ohne dass die Schenkungssteuer eingreift. Und euren Kindern pro Kind 400.000 Euro. Die Höchstgrenze liegt bei Kindern halt bei 400.000 Euro pro Kind innerhalb von 10 Jahren. Ihr könnt fremde Dritte 20.000 Euro, Token im Wert von 20.000 Euro steuerfrei verschenken. Und jetzt kommt das Interessante, wenn ihr, sagen wir mal, ihr habt euch Bitcoin gekauft und ihr wollt diese Bitcoin verschenken. Und ihr haltet die Bitcoin hier schon 7 Monate. Dann muss der, der beschenkt worden ist, diese Token weitere 5 Monate halten, damit er sie steuerfrei auscashen kann. Das heißt, der Beschenkte nimmt den Zeitlauf mit, den der Schenker bereits schon vollstritten hat. Hat der Schenker die Token jetzt schon ein Jahr gehalten, dann kann der Beschenkte sie direkt steuerfrei verkaufen. Das gleiche gilt beim Staken auch. Also wenn ihr jetzt Token verschenkt, mit denen ihr gestaked habt, hättet ihr sie ja 10 Jahre halten müssen. Wenn ihr jetzt 2 Jahre gehalten habt schon und dann muss der Beschenkte sie noch 8 Jahre halten, damit er sie steuerfrei auscashen kann. Wissenswert ist noch genau, wenn ihr eure Hardware Wallet verliert oder die Exchange, in den ihr reininvestiert habt, insolvent geht oder pleite geht oder eure Token, wenn ihr die jetzt an eine falsche Adresse geschickt habt und die gibt es gar nicht und die sind weg, die Token sind dann verbrannt. Die kann man nie wieder kriegen. Diese Verluste, die könnt ihr nicht geltend machen. Warum nicht? Weil es keine Verluste aus einem Spekulationsgeschäft ist. Was heißt das? Es ist zu einem Ankauf gekommen, der Token, das heißt ihr habt die Token irgendwo gekauft. Ihr könnt aber aus einem Spekulationsgeschäft nur Verluste erzielen, wenn ihr die verkauft habt. Wenn ihr sie mit Verlust verkauft habt. Und in diesem Fall ist ja kein Verlust durch den Verkauf entstanden. Das heißt, ihr könnt diese Verluste mit eurem zukünftigen Gewinn nicht gegenrechnen. Das ist mal richtig mies, ne? Ja gut, aber es ist so wie es ist. So, hier ist ein Thema, worüber richtig, richtig viele falsche, falsche Infos haben. Vor allem die Anfänger. Sagen wir mal, ihr habt 1000 Euro auf eurem Konto. Und ihr sagt jetzt, pass mal auf, ich kaufe mir das Bitcoin jetzt. Und dann geht ihr in irgendeine Exchange und sagt, hey, für diese 1000 Euro habe ich mir jetzt im Wert von 1000 Euro Bitcoin gekauft. Ja, da vergeht ein bisschen Zeit und innerhalb von einem Jahr habt ihr 10.000 Euro aus eurem 1000 Euro Bitcoin gemacht. Richtig cool, ihr habt 9.000 Euro Gewinn gemacht. Und jetzt kommt der Fehler. Wenn Leute jetzt ihre Bitcoins umswappen wollen, dann denken die, ha, ich werde keine Steuern drauf zahlen, weil mein Geld von der Exchange nicht zurück in die Bank fließt. Falsch, Leute. Wenn ihr jetzt umswappen wollt, das heißt für eure Bitcoin im Wert von 10.000 Euro, wollt ihr jetzt XRP im Wert von 10.000 Euro kaufen und denkt, ihr zahlt jetzt keine Steuern drauf, ist es falsch. Macht diesen Fehler nicht, weil der Staat sieht das jetzt so. In dem Moment, wo ihr das rüberswappen wollt, von Bitcoin zu XRP. Ich habe jetzt einfach 30% Steuern genommen. Das ist ein reines Beispiel. Ist jetzt nicht der richtige Steuersatz. Genau muss das berechnet werden. Ich weiß, das ist jetzt einfach nur für Beispielzwecke. Also wenn ihr eure 10.000 Euro Bitcoin innerhalb des Jahres, das heißt eure Spekulationsfrist ist noch nicht abgelaufen, rumswappen wollt zu XRP. Dann wird das folgendermaßen gewertet. Euer Bitcoin wird als Verkauf gewertet und dann hättet ihr diese 30% Steuern, das ist nur ein Beispiel, wie gesagt, zahlen müssen. Das heißt, das Finanzamt sagt jetzt, okay, 3.000 Euro schuldest du mir. Was ihr hättet richtig machen können, ist, dass ihr gesagt hättet, gut, diese 3.000 Euro lege ich beiseite, damit ich am Ende des Jahres es dem Finanzamt abgeben kann und kaufe jetzt nur noch mit den 7.000 Euro XRPs ein, was die meisten nicht machen, weil die glauben, hey, ich zahle erst Steuern, wenn das Geld aus der Exchange rausfliegt in die Bank. Nein, es ist hier ein Gewinn entstanden und dieser Gewinn beträgt 9.000 Euro. Oh, da habe ich einen Fehler gemacht. Ich hätte 30% von 9.000 Euro nehmen sollen. Aber gut, egal. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Aber ihr dachtet so, nee, nur weil ich jetzt rumswappe, muss ich keine Steuern zahlen. Falsch. Das zählt hier schon als Gewinngenerierung und in dem Moment, wo ihr swappt, zählt das so, als ob ihr diese Position geschlossen habt, verkauft habt. Da sind dann diese 3.000 Euro Steuern entstanden aus eurem Gewinn und dann hättet ihr eigentlich mit den 7.000 weitermachen müssen. Habt ihr aber nicht, jetzt habt ihr einen Gewinn nochmal von 10% gemacht und eure 10.000 sind zu 11.000 Euro im Wert von XRP geworden. Und ihr denkt euch jetzt, haha, richtig cool und ich habe immer noch kein Geld in die Bank überwiesen. Das heißt, ich muss keine Steuern zahlen. Ich swapp das jetzt mal in Cardano rüber. An der Stelle machen wir aber mal Schluss. Dann kommt das gute Finanzamt und sagt, hey, hier entstehen auch wieder auf eure 1.000 Euro Gewinn, die ihr hier gemacht habt, entstehen auch wieder Steuern. Das sind dann diese 300 Euro, wo ich bekommen bin. Dann sagt das Finanzamt, pass mal auf, ihr habt hier 3.000 Euro Steuern zahlen müssen auf die Gewinne. Ihr habt hier 300 Euro Steuern zahlen müssen auf die Gewinne. Jetzt gibt das ja auch mal her. Blöder wäre das noch gelaufen, aber wir wissen jetzt, dass wir gegenrechnen können. Wenn ihr hier jetzt miese gemacht hättet, wenn aus euren 10.000 Euro XRP Investment jetzt nur noch 1.000 Euro geworden wären, dann hättet ihr hier 9.000 Euro Miese gemacht. Aber wir wissen ja jetzt, dann hätten wir das mit diesen 3.000 Euro gegenrechnen können an Gewinn hier und hätten Finanzamt sagen können, gut, wir haben hier 9.000 Euro Minus gemacht, hier haben wir 3.000 Euro Plus gemacht, 6.000 sind wir im Minus mit unserem Geschäft, wir müssen euch gar nichts mehr zahlen. Das wäre dann wenigstens ein kleiner positiver Aspekt, wie man seine Gewinne mit den Verlusten dann gegenrechnen kann. Okay Leute, wir haben uns gedacht, wir machen das kleine Video einfach mal für euch fertig mit den Basics und ich denke mal, so einigen Anfängern wird das eine kleine Hilfestellung bieten im Bereich Steuern. Wie gesagt, geht und spricht mit einem Steuerberater. Wir sind keine Steuerberater und haben auch nichts in dieser Richtung an Ausbildung oder an Studium gemacht. Das sind, wie ich schon am Anfang gesagt habe, die Informationen mit dem Interview vom Finanzfluss und dem Professor Dr. Christoph Jung. Okay Leute, das war es erstmal von unserer Seite. Ich bedanke mich vielmals bei euch, dass ihr dieses trockene Thema so gut mit uns durchgezogen habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und Crypto Heroes out!